Also ich erkläre euch jetzt kurz, was Takte sind. Rap hat Viervierteltakt. Wird so geschrieben und es ist ganz einfach eigentlich, wenn man Takte zählt. Das große vom Schlagzeug, wo ihr mit dem Fuß raufhaut, die Bassdrum, ist immer die Eins von einem Takt. Wenn ich jetzt hier einen Beat anmache, können wir das gleich mal zählen. Die Bassdrum kommt, zwei, drei, vier. Das ist ein Takt, ganz simpel. Die Bassdrum, eins, zwei, drei, vier. Takte sind natürlich sehr wichtig, wenn man schreibt. Diese vier Schläge, die ich gerade gezählt habe, entsprechen geschrieben einer DIN A4-Zeile. Wenn ihr nicht eine riesengroße Schrift habt, jetzt grob. Daran kann man sich orientieren. Und natürlich sind Takte auch wichtig, wenn man den Beat hört und nicht weiß, wenn man anfangen soll zu rappen, kann man sich einzählen. Eins, zwei, drei, vier. Jeden Tag unterwegs hier bei Sleepy. So kann man dann anfangen zu rappen. Man kann natürlich auch auf der Zwei anfangen. Dann zählt man einfach bis fünf. Aber orientiert euch am Anfang erst mal auf die Eins.